Das ist genau der Content, der gefehlt hat, ey. Endlich mal wieder Team-Range-Action, ja. Und sogar der Client hält bis jetzt. Bisher. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das funktioniert, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist der Midlaner ist? Das ist mit Pyke. Laguna Rock ist der Midlaner. Ja, wenn der einfach Midlanepyke spielt. Oh, ja, das kann auch nicht wehleidig sein. Nein, Midlanepyke ist nur Solo-Cue. Nur Solo-Cue. Wenn wir gegen Midlanepyke verlieren, dann... Super eklig, ey. Aber der wird's halt so nicht machen können. Okay, ja, ja, das war... Dann Swain vielleicht? Okay, was war die Band so gut? Oh Gott und Blitzcrank. Oh Gott, Blitzcrank und... Okay, ist weg, Echo. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ja. Von mir aus können wir ja gerne Olaf was bringen. Wir bannen Echo, Oh Gott und Blitzcrank. Bin gespannt, was die rausnehmen hier, ey. Daran wird gebannt, die reden gerade drüber. Nice. Der hat so zurückgeghostet, ja? Ja, genau. Okay, Twitch-Chat, ne? Nennt euch mal um in der Spion und geht mal rüber. Oh Gott, was ist das? Mal feste Reinscouten, ey. Oh, Brücki-Ginn, Respekt. Oh, Shit-San. Brücki-City-Bands hier. Also ich kann's hier spielen einfach mal, wenn ihr wollt. Der spielt keinen Rakan, oder? Doch, der spielt Rakan. Der spielt Rakan. Aber spielt er Rakan? Der ist nicht so gut. Oder spielt er Rakan? Ich glaube nicht, dass die Leona... Lass Rakan picken, Mann. Lass Rakan picken, Mann. Können wir Jungle-Band? Also ich weiß nicht, was wir so spielen. Die brauchen AP-Mitte. Das heißt, jetzt können wir... Das könnte eigentlich in Pantheon Jungle werden, by the way. Ist, glaube ich, ein Pantheon Jungle, weil der Top-Lainer... Also wir können Swain und Zoe bennen. Wir bannen mal... Wir bannen auf jeden Fall mal Zoe. Wenn die Kombination aus Swain, also Pantheons dann in Swain-Passe... Ja, wir bennen Zoe jetzt. Zoe, Zoe for sure raus. Und ich will noch eine andere Magic-Damage-Quelle raushaben. Sü. Aber die nicht so viele hatten. Das ist GP? Ich fände GP, ja auch gut. GP, ja. Negativ. Wenn du sicher bist... Der spielt halt super viele Assessions. Ey, die Assessions spielt damit. Das ist egal, die sind völlig useless gegen GP. Okay. Wir können auch... Wir können auch... Wir können auch 1-3-1 spielen, aber... Wie kannst du jetzt Voladimir gegen Pantheon-Lane? Gar nicht, wenn ihr Voladimir wolltet. Mach einfach, ist okay. Hör auf dein Herz, was immer dich glücklich macht. Mach einfach den Noguri. Ich starte mit Kull und gehe Klappdorf. Nein. So, Flannir, Six, GP. Aber wer kann denn hier bei uns engage? Wir haben halt kein CC, so. Aber wir müssen aber... Wir müssen aber gar nicht engage. Wir sind schlecht genug, in uns rein zu engage, mit ihren Champions, ehrlich gesagt. Okay, okay, okay. Das... Du nimmst halt wirklich Klappdorf mit, ne? Klappdorf ist, glaube ich, broken. Da war jetzt ein Zeichen. Mir wurde geschrieben, dass die unserem Stream zuhören, ne? Gleich mal richtig schießen gegen dir. Ich meine, wir können später auch 1-3-1 spielen, oder nicht? Wir haben ja auch niemanden, der... Also, Klappdorf gewinnt tatsächlich gegen GP, oder? Ich glaube, wenn wir ins Game kommen, haben wir gewonnen, Leute. Also, wir müssen halt nur darauf achten, dass wir ins Game kommen. Ich bin im Game, wir haben gewonnen. Triple losing lane. Wenn wir ins Game kommen, dann haben wir gewonnen. Wenn wir die auf einem Item, auf dem wir in der Projekte falten, sollten wir eigentlich gewinnen. Relativ hart sogar. Leute, wir brauchen kein Diné. So, Wenger ist Afkar? Warte, muss nachdenken. Der baut das Afri-Support-Item, baut der. Wir können nicht pausieren, warte mal. Der Nagruppel, Nagruppel, Nagruppel hier. Ne, der baut Coint, baut der, Coint. Aber Coint gibt dir keine Welty, oder? Wunder, vier Potions, und dann... Wait, der spielt ne Coin-Junder. What? Ehre. Das ist Alpha. Das ist Alpha. Werde ich jetzt einfach hier Damage nehmen, damit ich low HP bin und... Äh, äh, Junder hat Q, by the way, Junder hat Q. By the way, ich kriege keine Stacks. Was? Ich hab... Der steht hier mit 2? Das war eigentlich ein Jog von mir, aber ich hatte wirklich cool auf Vladimir. Das ist... Auf dem Psycho. Ja, der spielt auch 2-Q mit nem Pro-Jungler, weißt du? Der kann mit den Füßen spielen und gewinnt. Wir gehen Level 1 in Vayden, oder? Trap-Side? Hier rein? Äh, meine Q hat 90 Sekunden cooldown, also ja. Ja, ist okay, ich mach only 2. Du musst nur mit deinen Claptop rocken. Gibt's Pause? Ich muss mega pinkeln. Ne, gibt's da nicht. Ich hab's grad probiert. Ja. Meinst du, kriegst irgendwann ein Red-Word rein? Also jetzt? Eigentlich hab ich... Ein Red-Word eher nicht, oder... Golem-Word. Okay. Golem-Word ist aufhören. Weil ich glaube, der macht grad seine Bautzeit und lässt sein Red erst mal stehen. Und wenn der das macht, kann ich den gleich nehmen. Oh, nice. Okay, Golem, stop. Das Game ist duuut! Der hat fleschigen Light benutzt in der Mitte. Was machst du denn mit dem? Der hat Agro-Wing gechased bis in den Tier 2, wo den nicht gekriegt hat. Lol. Da ist das Game rum, danach. Botlin! 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 Botlin fehlt. Botlin fehlt. Die ist geslowert. Lol, die hat das verdickt, dass ich da flashe. Ich musste einfach lachen. Das war so int. Ja. Ich hab leider direkt zurück geint. Und dann kann ich den Gegner schwebt aufnehmen? Nee, ne? Ich hab zu viel. Ich hab zu viel. Äh, noch ein bisschen länger, ne? 800 Gold erst. Ich hab zu viel. Ich hab zu viel. Die haben ja einen TP-Bot. Oh shit, der war. Der typisch zackzack. Der hat ge-Aids. Eine Wave noch. Warte mal. 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 Jena fehlt. Jena fehlt. Jena kommt wahrscheinlich in der Mitte. Ich komm aus Base Mitte. Mal aufpassen. Aber die hat jetzt Zeit, wenn's da zum Sinn. Die hat kein Flash und kein Ignite. Ich glaub nicht, dass sie mich angehen kann. Äh, brauchst du Wards Mitte hier unten oder so? Nö. Jena fehlt. Der Gags hat Flash und Fiat. Äh, doch Wards wären ziemlich gut. Ähm. Ich wollt nur, ich wollt nur ... Ich wollt nur Wings zeigen. Ich wollt nur Wings zeigen. Ich wollt nur Wings zeigen, ja. Oh, ich komme. Hat der noch E? Nö. Nö? Kannst du ulten? Nö. Das war so clean. Holy shit. Klack, wir smurfen. Okay, ich geh nochmal reset. Wait. Na, bullshit. Ja, ich geh reset. Jena fehlt schon wieder. Wir sind wahrscheinlich aus Base kommen jetzt. Ich denke. Wissen wir wo Gragas ist? Das sollte die Botzeit sein. Ja, das ist actually true. Wollt ihr Botline fighten? Näää. Ich hab alles rausgehauen gerade. Ich meine, die Jena hat keinen Flash. Ja, aber du bist auch noch 5. Pandion hat kurz Move, Leute. Kommt Bot. Der ist desperate. Ich hab keine Ulti gerade. Haben wir TP irgendwo? Ja, die haben keine Wave mehr. Können wir den Pandion auf dem Weg zurückkappen? Der ist aber noch 5 der Pandion. Der Pandion ist der 5, ja. Der wird hier irgendwo langlaufen gleich. Die pushen hart weiter rein. Die haben Dragon angefangen? Hä? Die Moven alle zu euch. Ja, ich gehe viel seiner Raptoren. Wenn du machst, ist das Top 5 passiert. Ich mach mal so. Joik, ist der P. Okay. Hallo. Kein Ding. Mach so dickes Disco-Licht an und hab richtig Spaß, ne? Der hat Ulti. Ich hab den Krieg allein, oder? Ich hab Ult ab jetzt. Komm mit. Wir gehen auch so rum. Wir gehen hier noch. Oh, die gehen rein, Alter. Ist okay. Ja? Der hat noch keinen Flash, ne? Kein Flash. Nee, Grager ist kein Flash. Ich hab nichts ab. Boah, der lebt. Axt. Axt hab ich. Nice. Direkt hoch, direkt hoch. Ich muss resetten. Aber sowas von. Wenn der will kommt, der hat keinen Flash. Da kommt der ESG Express. Ich hab grad nen kleinen Disconnect, Jungs. Wenn wir dann haben. Ich hab nen kleinen, kurz kleiner Disconnect. Ey, Pantheon kommt runter zum Red Star. Könnt ihr mich Hult? Könnt ihr mich Hult? Der hat Ult. Der hat keine Ult. Der hat Keine? Doch, der hat Ult. Der hat geultet eben. Jetzt hab ich? Ja. Boah, sorry. Schlechte Verbindung gerade. Schlechte Verbindung. Hey. Deutsches Internet. Boah. Das deutsche Internet, das ist auch nicht mehr, was immer war. Du hast recht nicht, oder? Actually, ich mach noch Camps. Den Klaus, actually. Warte mal, der ist hier. LOL, die ist... Wo was? Wait, ich hab Recall an dem. Siehst du das hier, Freddy? Nein. Die Trollen eigentlich. Rein da. Ich bin der Metroid. Basen. Basen tippen, weil die Tuxa hat kein TP mehr. Der hat mich antippelt. Okay, dann können wir Pressure. Wenn der ist drin. Ich versuch, Jano Recall irgendwie zu canceln. Du kannst aber auch romen, wenn du willst. Das ist up to you. Nee, ich hab nix zu tun. Der Packung ist tot. Brauchen dich nicht? Aber ich glaub, der hat nicht so schlecht. Ich werde nochmal canceln. Warte, von was bin ich gerade? Du bist an der... Ich bin FN gestoppt. Ohhhh. 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 Du kannst... Du kannst auch... Ich würd den Tower auch so nehmen. Also... Wir brauchen den Harrod nicht. Der hat dann auch keine Mana mehr. Der hat das so nicht. Ich... Ja, sorry. Haben die TP's jetzt so? Ich... Ich komm mit dir. Der... Ich komm mit dir. Ich komm mit dir. Noch ein DC? Ohhhh. 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 Stopp nicht. Nee. Nee. Ist einfach nicht... Ist glaub ich nicht worth it so. Die kriegen ja nichts... Die haben nur einen Kill bekommen bisher. Für Flashes. Und... Ja. Nice. Oh my god. Dann warte mal Jenna. Ja. Denkst du wir können die Thunder clean poppen? Nein. Keine Ult, ne? Na. Was ist denn was mit dem... Jetzt willst du den blown, dann poppen? Ja, aufblown. Die hat 800 HP oder so. Mein Gott. Aufblown? Aufblown. Also poppen. Ohne Scheiß. Was ist denn mit dir los Panda? Ich hab Bock auf Paolo, okay? Wäre nicht ne Pizza. Das ist jetzt wieder rassistisch, ne? Da muss er aufpassen. Darf er das? Ah! Da glaub ich Foto, ne? Die Lacks auf der Top-Man? Alter, ich bin so am inten. Das ist unbegreiflich, ey. Äh. Hier ist alles los. Wie war jetzt? Oh, der intet. Ja, lass ihn holen, lass ihn holen. Der kann festhalten werden. Der kann festhalten werden. Der kann festhalten werden. Okay, der slugt sich selber, was er nimmt. Der noch W? Ja. Oh mein Gott. Nice W. Können wir den Schauer, ne? Ja, er kann toll. Wenn sie mitzutraden wollen, kann ich. Da gab's die unten. Kannst du ulten? Okay, na. Wir können sogar weiter machen, denke ich. Ja, ja, ihr könnt. Na ja. Gewinnen wir easy. Wir können ja nichts tun. Dann bist du down. Ich glaube, wir gehen hier ran, oder? Hinter uns ist die P-Word hier. Muss nicht zu deep gehen, ne? Ja. 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 Finde ich doch gar nicht. Oh, 900 Gold. Oh mein Gott, was? Das ist aber schon Hass dabei, oder? Ich fand's doch kein Lull. Lull, was? Ach du Kacke. Das ist der Mensch. Ich bin im Saft, ne? Ich glaube, ich bin eher tot. Ja. Ja, hier ist ein Gragas mit 10 AP. Gragas mit 10 AP hier. Ja. Ich hab sie. Ich hab sie. Hast du? Six mit nur AP auch hier. Six mit nur AP auch hier. Scheiße. Lass den Tüten. 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 Säger und Lass die Urhebs. Das macht da überhaupt keinen Damage. Ja, das macht Dammage? Bisschen ja. Sein Ehe macht Dammage. Ehe macht Dammage. Das ist jetzt schon, du. Wird eh macht sich viel Dammage, der hat richtig guter Scaling. Oh. Oh shit. Ist das Nobar, der? Jaja. Der hat sich weggesmurft hinterher. Manche und Janna kommen von hinten. Was? Jaaa. Ach, Mann. Euuuu. Ach, F**K. Six. Ich hab noch ein Nash-Proff, ne? Ich hab so das Gefühl, dass wir kleinere Fehler machen und hier Ein bisschen Throne? Ein bisschen, also... Manche Leute haben ein gutes Auge für Aktionen, aber... Ich sag mal, das ist natürlich schon so, dass das gute Auge auch trügen kann. Die machen Dragon. Ich hab ein fetter Letzer. Lass einfach finishen jetzt kurz. Ich glaub, wir sollten nach BOT gehen, oder? Ja, ja, wir sollten einfach finishen jetzt. Lass 4-1 spielen trotzdem. Lass das richtig spielen. Also wenn der geht über Mitte und kommt dann runter. Ich hab halt so das Gefühl, dass das aktuell nicht so funktioniert, dann richtig zu spielen. Ja, tut's nicht. Aber wir können jetzt... Mach trotzdem, geh über Mitte, wenn du dann kommst du runter. Was? Ich hab noch... Oh, ich hab ihn in der Luft gekillt! Und den auch! Da hat noch ihr... Ich hab ja gehabt, das. Nice! Alright! Terrible von mir schon wieder, das Gang. Komplett geintet. We did it! Du bist nicht allein, ne? Ja, aber ich hab schon... Also sechs Tode ist natürlich schon am Limit, muss ich sagen. Oh, das macht so Spaß! Holy shit! Alright. Haben wir noch ein Game, oder? Was? Ich glaub schon, oder? Wir haben das Finale jetzt. Das Finale jetzt noch, ja. Jetzt kommt noch das Finale gegen... Entweder das Fiddle-Team oder... Nein, Juni kann's nicht. Jetzt haben wir aber ein richtig gutes Team. Lunari oder das Fiddle-Team, glaub ich. Aber wahrscheinlich das andere, ne? Ja. Ja. Ja, wir spielen gegen... Ja, wir spielen gegen... Nicht Lunari. Oh, Lunari ist rausgefallen. Wir spielen gegen NPF, spielen wir jetzt. Wir spielen gegen NPF, spielen wir jetzt. Untertitelung. BR 2018